Grüezi mit, äh, nein diesmal nicht, moin moin. Heute verschlägt es uns ganz in den Norden der Bundesrepublik Deutschland, nach Schleswig-Holstein. Das nördlichste Bundesglied Deutschlands grenzt im Norden an den Nachbarstaat Dänemark und im Süden und Südosten an Hamburg, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Wie der Name schon vermuten lässt, wurde Schleswig-Holstein einst aus mindestens zwei Teilen zusammengesetzt. Bevor wir uns ansehen, wie und wann das passiert ist, machen wir erst einmal einen grossen Schritt zurück. Und zwar zu den verschiedenen Völkern, die das Gebiet des heutigen Bundeslandes besiedelten. Im Norden siedelten unter anderem Jüten und Angeln, im Südwesten verschiedene Stämme der Nordseegermanen, im Osten Elbgermanen. Durch die slavischen Völkerwanderungen im ersten Jahrtausend n. Chr. bevölkerten auch Slaven die südlichen und östlichen Gebiete des heutigen Schleswig-Holsteins. Etwas simpler umrissen lebten im Süden verschiedene Stämme, die später in den Sachsen aufgehen sollten, im Norden die Dänen, im Westen die Friesen, genauer gesagt die Nordfriesen, und im Osten und Südosten die Slaven. Die Slaven sollten später noch verdrängt werden, was uns zum südlichen Teil des heutigen Schleswig-Holsteins führt, nach Holstein. Holstein, das anfänglich nichts anderes als das Siedlungsgebiet der Holsten, einem sächsischen Teilstamm, umschrieb, gehörte zu grossen Teilen zum Stammesherzogtum Sachsen, im Osten herrschten zu jener Zeit noch die Slaven. Um das Jahr 1110 hat das Haus Schauenburg die Regierungsgeschäfte in Holstein übernommen. Adolf I. von Schauenburg wurde Nachfolger des im Kampf gegen die Slaven gefallenen Gottfried von Hamburg. Und die Ära der Schauenburger sollte fast dreieinhalb Jahrhunderte andauern. 1138 kam es zu einem kurzen Intermezzo mit einem neuen König, der Holstein an ein anderes Geschlecht verlieh, aber bereits 1142 erhielten die Schauenburger Holstein zurück. In diese Zeit fällt auch die Eroberung des slawischen Ostens des heutigen Holsteins. Bereits um 1143 gründete Adolf II. die Stadt Lübeck neu, da wo früher die Slaven siedelten. Die östlichsten Gebiete blieben zwar vorerst slawisch, durch die Neubesiedlung mit Friesen, Westfalen und Niederländern gingen die restlichen Slaven jedoch in diesen neuen Bevölkerungsteilen auf und übernahmen ihre Sprachen. Zwischen 1200 und 1203 wurden Holstein, die Städte Hamburg, Lübeck und Ratzeburg, von den dänischen Königen erobert. Adolf III. von Schauenburg wurde gefangen genommen und musste auf seine Grafschaft verzichten. Er zog sich auf die Schaumburg, das Stammschloss der Schauenburger, zurück und starb dort 1225. Diese Schaumburg liegt auf dem Gebiet von Niedersachsen. Sein Sohn Adolf IV. kehrte kurz darauf in den Norden zurück, und zwar an der Spitze eines norddeutschen Heeres. 1227 besiegten die Deutschen den dänischen König Waldemar II., und zwar vernichtend. Obwohl Adolf IV. und seine norddeutschen Verbündeten in Unterzahl waren, besiegten sie das dänische Heer und töteten knapp die Hälfte der gesamten Streitmacht. Mit diesem Sieg erschütterte Adolf IV. nicht nur das mächtige Dänemark in seinen Grundfesten, als Regent von Holstein war er auch nicht mehr von den Sachsenherzögen abhängig. Und was tat Adolf IV., nachdem die holsteinischen Verhältnisse geregelt waren und er am Höhepunkt seiner Macht angekommen war? Er erfüllte 1239 ein Gelöbnis und wurde Mönch. Dieses Gelöbnis schwor er vor der großen Schlacht gegen die Dänen, falls er die numerisch überlegenen Feinde schlagen sollte. Mit dieser Entscheidung einher geht die erste Verbindung zwischen Schleswig und Holstein. Vormund seiner beiden Söhne Gerhard und Johann wurde sein Schwiegersohn, Herzog Abel von Schleswig. 1237 hatte Abel, nämlich Adolfs Tochter Mechthild, geheiratet. Damit waren die Schauenburger aus Holstein und das Geschlecht Abels aus Schleswig dynastisch und politisch verbunden. In dieser Verbindung liegen die Wurzeln der Zusammengehörigkeit von Schleswig und Holstein. Die Schauenburger Besitzungen teilten sich bereits früh in verschiedene kleine Grafschaften auf dem Gebiet des heutigen Holsteins. Ganz ähnlich, wie wir es in Mecklenburg bereits erlebt haben. Die vorhin erwähnten Söhne Adolfs IV., Gerhard und Johann, regierten auch aus unterschiedlichen Orten heraus. Johann von Kiel aus, Gerhard hingegen aus Itzehoe. Diese Teilungen nahmen nach ihren Toden auch noch einmal zu. 1304 trat Gerhard III. von Rendsburg vor dem endgültigen Ende der Schauenburger noch einmal groß auf der politischen Bühne auf. Im Bündnis mit seinem Vetter Johann III. in Kiel baute er seine Macht in Holstein aus. 1326 eröffnete sich ihm die Chance, auf das Herzogtum Schleswig zuzugreifen. Nachdem der dänische König Christoph II. vom dänischen Adel vertrieben worden war, beanspruchte Gerhard den dänischen Thron für seinen Neffen, dem Herzog von Schleswig, Waldemar IV., aus dem Hause Abel. Er wurde schliesslich als Waldemar III. 1326 zum König gewählt. Gerhard liess sich von ihm noch im gleichen Jahr mit dem Herzogtum Schleswig belehnen. Drei Jahre danach setzte sich sein Bruder Johann III. mit kaiserlicher Unterstützung erfolgreich für die Rückkehr Christophs II. auf den dänischen Thron ein. Gerhard III. stellte sich auch auf seine Seite. Für ihre Dienste liessen sich die beiden Schauenburger und ihre verbündeten Ritter mit Pfandrechten auf das gesamte dänische Reich belohnen. Faktisch hatte Gerhard III. damit die Herrschaft über das in Wirren verstrickte Dänemark übernommen und regierte mit harter Hand. Das aber auch nicht wirklich lange. Er wurde 1340 von einem dänischen Ritter erschlagen. Die Nachfolger und Erben von Gerhard III. zogen sich zunehmend aus Dänemark zurück. Sie hatten alle Hände voll zu tun, Schleswig gegen die Versuche der dänischen Könige zu behaupten, das Herzogtum zurückzuerobern. Die Rendsburger Linie der Schauenburger setzte sich nach jahrzehntelangem Kampf durch. Zu dieser Zeit, in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, regierten Adolf VIII. und Gerhard VII. gemeinsam als Herzöge von Schleswig und Grafen von Holstein. 1435 bekam Adolf seine Stellung als Herzog von Schleswig auch von den Dänen bestätigt. Fünf Jahre später übertrug König Christoph III. von Dänemark endgültig das Herzogtum Schleswig als erbliches und dienstfreies Lehen. Somit wären die Verhältnisse in Schleswig also geregelt. Naja, nicht ganz. Das nächste Problem ließ nicht lange auf sich warten. Adolf VIII. starb 1459 ohne Erben und auch ohne Nachfolger, der in beiden Territorien Herrschaftsansprüche hätte geltend machen können. Die verbundenen Gebiete Schleswig und Holstein drohten wieder auseinanderzubrechen. Um genau das zu verhindern, wählte der machthabende holsteinische Adel Christian I., König von Dänemark, Neffe von Adolf VIII. aus dem Hause Oldenburg-Delmenhorst, zum Herzog von Schleswig und Grafen von Holstein. Im Gegenzug stellte der dänische König 1460 den Vertrag von Rippen aus. Dieser Vertrag war für die Landesgeschichte außerordentlich bedeutend. Im Vertrag von Rippen von 1460 wurde den holsteinischen und schleswischen Repräsentanten zugesagt, dass beide Teile unter einer gemeinsamen Herrschaft stehen sollen. Dieser Vertrag und seine Zusätze regelten mit einigen Unterbrüchen, zumindest de jure, bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, die Personalunion von Schleswig und Holstein mit Dänemark. Aus diesem Vertrag von Rippen stammt auch der heutige Wahlspruch des Landes Schleswig-Holstein. Ob ewig ungedehlt, auf ewig ungeteilt. Naja, darüber lässt sich zumindest streiten. Es ist nicht zu 100% klar, ob diese Abmachung mit dem dänischen Königshaus insgesamt oder dem dänischen König Christian I. getroffen wurde. Die beiden Gebiete wurden streng genommen nicht mehr voneinander getrennt, es kam aber bald wieder zu Erbteilungen zwischen den unterschiedlichen Linien des Fürstenhauses Oldenburg, die rein formal die beiden Herzogtümer gemeinsam regierten. Der Flickenteppich über dieses Gebiet mit verschiedenen Gebietsanteilen und Ansprüchen steht der deutschen Kleinstaaterei im Heiligen Römischen Reich allerdings in gar nichts nach. Noch zur Regierungszeit Christians erhob der römisch-deutsche Kaiser Holstein 1474 zum Herzogtum. Christian I. war somit in Personalunion, dänischer König sowie Herzog in Schleswig und Holstein. Während er Schleswig als dänisches Lehen regierte, fungierte er in Holstein als Vasall des römisch-deutschen Kaisers. Schleswig gehörte also zu Dänemark, Holstein zum Heiligen Römischen Reich. Ab 1544 folgte die Zeit der vorhin angesprochenen Landesteilungen. Die Herzogtümer wurden zwischen König Christian III. und seinen Halbbrüdern in mehrere Anteile aufgeteilt. Einer dieser Halbbrüder, Adolf I., wurde zum Begründer des Hauses Schleswig-Holstein-Gotthorf, unter dem sich Schleswig zu einem kulturellen Zentrum Nordeuropas entwickelte. Und bisher haben wir, so glaube ich alle, gemerkt, dass ich schon gefühlt 200 verschiedene Namen nennen musste. Das würde jetzt auch so weitergehen. Denn im grossen Nordischen Krieg unterstützte Schleswig-Holstein-Gotthorf das am Ende unterlegene Schweden. Die siegreichen Dänen besetzten daraufhin die Besitzungen in Schleswig. Die Gotthorfer regierten also nur noch in Holstein, konnten sich aber ins russische Zarenhaus einheiraten und stellten später bis zur Oktoberrevolution 1917 die Zaren. Die jüngere Linie der Gotthorfer konnte sich in Schweden einheiraten und den schwedischen Thron besteigen. Holstein-Gotthorf stellte also schwedische Regenten und war in einer Personalunion mit Russland. Deswegen machen wir es uns an dieser Stelle einfach. Dieses ganze Einheiraten, Seitenlinien in Schweden, Seitenlinien in Russland und vermutlich auch in Narnia brechen wir an der Stelle ab und kommen gleich zur Rückkehr unter die dänische Herrschaft. Mit dem Vertrag von Sarske Selo 1773 fiel die Herrschaft über die Herzogtümer wieder allein dem dänischen König zu. Der Deutsche Bund von 1815 trennte die beiden Gebiete Schleswig und Holstein in einen deutschen und einen dänischen Teil. Holstein stand zwar nach wie vor in Personalunion mit Dänemark, gehörte aber gleichzeitig zum Deutschen Bund. Schleswig hingegen gehörte zu Dänemark. Das Aufkommen von Nationalbewegungen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ließ den Konflikt eskalieren. Die Menschen in Schleswig und Holstein waren sich politisch-ideologisch zwar relativ ähnlich, nur die Vorstellungen der staatlichen Zugehörigkeit waren unterschiedlich. Die deutschen Holsteiner strebten an, dass Schleswig-Holstein als ganzes Teil des deutschen Bundes wird. Die Menschen in Schleswig, Deutsch, Dänisch und Friesisch besiedelt, beanspruchten jeweils das gesamte Schleswig für ihre politischen Ziele. Also die Dänen forderten eine engere Bindung an Dänemark, die Deutschen eine Annäherung an den Deutschen Bund. Die schleswig-holsteinische Erhebung, ein Bürgerkrieg, der ab 1848 drei Jahre andauern sollte, endete in einer Niederlage der Deutschen. Im Londoner Protokoll von 1852 wurden gleich mehrere Aspekte festgehalten. Einerseits die Integrität des dänischen Gesamtstaates und andererseits die Garantie, dass Dänemark Schleswig nie stärker und näher an sich bindet als Holstein. Genau das geschah jedoch 1863 und Dänemark beging damit einen Vertragsbruch. Im Januar 1864 stellten Preußen und Österreich an Dänemark das Ultimatum, die neue Verfassung zu revidieren. Dänemark ließ dieses Ultimatum ohne Antwort verstreichen und Preußen und Österreich marschierten im dänischen Schleswig ein. Die Dänen kämpften zwar tapfer, der preußisch-österreichischen Übermacht hatten sie aber nicht viel entgegenzusetzen und Schleswig fiel an das Bündnis. Zwei Jahre später soll um genau diese Gebiete ein Streit zwischen Österreich und Preußen im preußisch-österreichischen oder deutschen Krieggipfeln den Preußen für sich entscheiden konnte. 1867 wurden Schleswig und Holstein zur preußischen Provinz Schleswig-Holstein zusammengefasst. 1876 wurde die Provinz um das Herzogtum Lauenburg erweitert. Vom Herzogtum Sachsen-Lauenburg haben wir auch schon in anderen Beiträgen gehört. Und damit sind wir bereits bei den Gebietsverhältnissen vor dem Ersten Weltkrieg angekommen. Auf dem Gebiet des heutigen Landes Schleswig-Holstein lag die preußische Provinz, Teile des Grossherzogtums Oldenburg, die freie und Hansestadt Lübeck, zu der wir etwas später noch einmal kommen, und einige kleine Enklaven, die zu Mecklenburg gehörten. Wie man auf dieser Karte erkennt, gehörten Teile des heutigen Süddänemarks ebenfalls zu Preußen. Die heutige Grenze zwischen Dänemark und Deutschland wurde erst nach dem Ersten Weltkrieg gezogen. Im Vertrag von Versailles wurde festgehalten, dass die deutsch-dänische Grenze in einer Volksabstimmung zu ermitteln sei. Und genau das geschah 1920. Ein emotionaler Abstimmungskampf um das gemischt besiedelte Schleswig entbrannte und führte zu folgenden Ergebnissen. Die Abstimmungszone 2 votierte klar für Deutschland, die Abstimmungszone 1 für Dänemark. Politische Bestrebungen, die durch klaren Sprachinseln auf dänischer Seite Deutschland anzugliedern, scheiterten. Und so lebten fortan auf beiden Seiten der Grenze Minderheiten des jeweils anderen Staates. Wer in diesem Konflikt dänisch oder deutsch komplett vergessen wurde, waren die Friesen. Denn zu jener Zeit war ein Nationalbewusstsein der Friesen generell noch sehr jung. Wir haben in Niedersachsen und bei den Ostfriesen erfahren, dass vor allem die Annexion durch die Preußen und die damit einhergehenden positiven Begleiterscheinungen erstmals so etwas wie eine Begeisterung für das Deutsche unter den Friesen entfachen konnte. So war das deutliche Votum für Deutschland unter den Nordfriesen keine Überraschung, auch wenn sie im Konflikt zwischen Deutschland und Dänemark mehr oder minder vergessen wurden. In den Zwischenkriegsjahren gehörte Schleswig-Holstein weiterhin zu Preußen und erst nach noch einem Weltkrieg sollte das Bundesland Schleswig-Holstein das Länderlicht der Welt erblicken. Das Land lag innerhalb der britischen Besatzungszone und am 23. August 1946 wurde durch die britische Verordnung Nummer 46 Schleswig-Holstein gegründet. Und es gehörte 1949 zur Bundesrepublik Deutschland, also zu Westdeutschland. Jetzt wird bestimmt aufgefallen sein, dass Bremen, Hamburg und Lübeck noch zu Zeiten der Weimarer Republik eigenständige Hansestädte waren. Bis heute eigenständig geblieben sind aber nur Bremen und Hamburg. Warum nicht Lübeck? Das Gesetz über Gross Hamburg und andere Gebietsbereinigungen von 1937 beendete die über 700 Jahre währende Eigenständigkeit Lübecks. Lübeck wurde Teil Schleswig-Holsteins. Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte Lübeck, seine Eigenständigkeit wiederzuerlangen und berief sich dabei auf das Grundgesetz. Menschen aus der Stadt verlangten eine Volksabstimmung. Die wurde aber durch alle Instanzen abgelehnt. Selbst das Bundesverfassungsgericht argumentierte, dass Lübeck seine Eigenständigkeit bereits 1937, also vor 1945, verloren hat und dementsprechend keinen rechtlichen Anspruch auf eine derartige Volksabstimmung geltend machen kann. Das hat sich bis heute nicht geändert und die wunderschöne Stadt Lübeck ist Teil von Schleswig-Holstein. Immerhin erinnert noch das Wappen der Stadt an das Heilige Römische Reich und die lang anhaltende Eigenständigkeit als freie und Hansestadt Lübeck. In Lübeck fand im Übrigen 1669 der allerletzte Hansetag der historischen Hansestadt. Schleswig-Holstein hat, genau wie Niedersachsen oder Mecklenburg-Vorpommern, Inseln zu bieten. Und was für schöne Inseln! Die grösste nordfriesische Insel kennt wohl jeder. Sylt. Ganz, ganz im Norden. Eine traumhaft schöne Insel mit etwas weniger als 20.000 Menschen. Oder das etwa 50 Kilometer von der Küste entfernte Helgoland. Diese wunderschöne Insel wurde sogar im Vertrag von Versailles gesondert erwähnt. Deutschland hatte alle militärischen Anlagen und Häfen auf und um Helgoland zu zerstören und durfte sie nie wieder neu aufbauen. Kommen wir zu den Namen und den Symbolen. Das Wort Schleswig ist altnordischen Ursprungs und bedeutete ursprünglich so viel wie Bucht an der Schlei, Schleibucht oder Hafen an der Schlei. Die Schlei ist ein Meeresarm der Ostsee, an dessen Ende der Ort Schleswig liegt. Holstein haben wir uns mehr oder minder bereits angesehen. Der Name geht auf den sächsischen Teilstamm der Holsten zurück. Und dieser Begriff geht vermutlich auf eine Bezeichnung zurück, die so viel wie Holzbewohner bedeutet, was auf das waldreiche Siedlungsgebiet der Holsten schliessen lässt. Das Wappen ist, wenig überraschend, ein Zusammenlegen beider Wappen. Auf der von uns gesehen linken Seite sehen wir die Löwen von Schleswig, auf der rechten das holsteinische Nesselblatt. Die Löwen, die Schleswig symbolisieren, sind eine abgeschwächte Variante der dänischen Löwen. Schleswig führt nur zwei, die Dänen noch heute drei. Auf dem holsteinischen Wappen soll ursprünglich auch ein Löwe zu sehen gewesen sein, dieser verschwand jedoch bereits im 12. Jahrhundert. Übrig blieb nur das Nesselblatt. Und wer dieses Nesselblatt als Wappen führte, das ist sicherlich klar. Die Schauenburger, die über mehrere Jahrhunderte die Geschicke Holsteins bestimmten. Eine schöne Erklärung für das Umdrehen der Löwen gibt es auch noch. Als Preußen die Gebiete annektierte, verlangte Otto von Bismarck angeblich, die Löwen umzudrehen. Die dänischen Löwen sollten dem deutschen Nesselblatt aus Holstein nicht den Hintern zuwenden. Oder es sollte einfach die Zusammengehörigkeit der Gebiete symbolisieren. Die Farben Blau-Weiss-Rot der Flagge gehen auch auf diese beiden Wappen zurück. Schleswig-Holstein kann ohne weiteres als die Sprachenhochburg der Bundesrepublik Deutschland bezeichnet werden. Im nördlichsten Bundesland haben wir, wie in zahlreichen anderen Ländern, das Niederdeutsche, das Plattdeutsche als geschützte Sprache. Des Weiteren haben wir aufgrund der deutsch-dänischen Grenzziehung von 1920 etwa 50.000 Menschen, die zur dänischen Minderheit gehören, und noch einmal etwa 10.000 Menschen, die nordfriesische Dialekte sprechen. Und so klingt es, wenn Menschen in Schleswig-Dänisch sprechen. Als Hilfe, um das eine oder andere zu verstehen, sie stellt das Bundesland ganz grob vor. Sprogmangfuldigheden i Schleswig-Holstein er unik i Tyskland. I landet mellem havene bliver der talt tre mindretalssprog. Dansk, nordfrisisk og romanig. Plattysk er det nordtyske regionale sprog. Næsten enhver Schleswig-Holsteiner kan tale et par ord på plattysk eller i det mindste forstå sproget. Dansk høres mest i landstilen Schleswig. Cirka 50.000 mennesker hører til det danske mindretal og lever i grænserområdet til nabolandet Danmark. Frisisk er et eget sprog, som bliver talt i Schleswig-Holstein, i Satterland i Nedersachsen og i provinsen Fuslån i Holland. I grænser nur Friisland og på øen Helgoland tæller cirka 10.000 mennesker frisisk. Rumænie er Sinti og romæænes bro. Der løver cirka 5.000 Sinti og Roma med tysk stætsprog. Gæb i Schleswig-Holstein. Und hier in etwa dasselbe noch einmal, nur in diesem Ausschnitt hören wir es auf nordfrisisk. Moin, moin, ik ben Kajke. Und tjuslønje vil nægen som en den unglückgesprækken, at sanns Lasswig-Holstein. Und lønndt, was je wæst in Ostsee, wo der der drei Mannerheidssprække, donsj not frisk en romæns, en og en regionalsprække plåtsjøs sprog. Plåtsjøs er en regionalsprække, in den Norden von Tjusløn. Moskakentrede, von der mannskne, in Slavskolstein, kunne ud af plåtsjøsse sæde, und die et to manns verstønne. Donsjøt virk ford most en lønstil Slavsweg. And bei 50.000 Lassmutter, von der donsj Mannerheit, laver en grænsregion, to isen neighbor in den Norden. Frisk, at en eindsprække, wat in Slavskolstein, et sæderløn en Nædersaxen, en enne Provinz Frisløn en næderlønsprægenråd. En en krisen og frasløn, en af plån, prøkker en by 10.000 mannskne, et frasløsprække, dekadeis. Romans, at sædprække, von der Sinti en Roma. And bei 5.000 tjøsse Sinti en Roma, laver en Slavskolstein. Im gesamten Bundesland leben heute knapp 2,9 Millionen Menschen. In der wunderschönen Landeshauptstadt Kiel leben knapp eine Viertelmillion Einwohnerinnen und Einwohner. Damit ist Kiel die nördlichste Grossstadt der Bundesrepublik Deutschland. Das Nesselblatt auf dem Wappen erkennt ihr sicherlich wieder. Der Name der Stadt lautete ursprünglich Holstenstadt Tom Kiele, also Holstenstadt an der Förde oder am Keil des Meeres. Holstenstadt fiel vom Namen ab und auch das Tom war irgendwann Geschichte. Übrig blieb Kiele und daraus wurde Kiel. Schleswig-Holstein ist mit nicht einmal 16.000 Quadratkilometern das zweitkleinste Flächenland Deutschlands. Nur das Saarland und die Stadtstaaten sind noch kleiner. Eine besondere Rolle nahm Schleswig-Holstein in der Aufnahme der deutschen Vertriebenen während und nach dem Zweiten Weltkrieg ein. Kein anderes westdeutsches Flächenland nahm so viele Menschen auf wie das Nordland. Zwischen 1944 und 1949 fanden mehr als 1,1 Millionen Geflüchtete aus den ehemaligen Ostgebieten des Deutschen Reichs Zuflucht in Schleswig-Holstein. Politisch ist Schleswig-Holstein sehr interessant und einzigartig. Im Kieler Landtag regiert momentan eine schwarz-grüne Koalition. Ins Auge fällt hier der SSW, der Südschleswische Wählerverband, die Partei der dänischen und explizit auch frisischen Minderheiten in Schleswig-Holstein. Speziell an dieser Partei ist, dass sie als Minderheitenpartei von der Sperrklausel ausgenommen ist. Sie muss bei Landtags- oder Bundestagswahlen also nicht die 5%-Hürde knacken. Der SSW scheint aber so beliebt und angesehen zu sein, dass sie über die eigene Klientel hinaus mobilisieren kann und vor wenigen Monaten bei der letzten Landtagswahl die 5%-Hürde überspringen konnten. Das ist recht beachtlich, wenn man sich vor Augen führt, dass die AfD als Bundestagspartei die Sperrklausel dieses Mal nicht knacken konnte und die Linke ebenfalls eine Bundestagspartei unter ferner Liefen bei weniger als 2% aufgeführt wurden. Über die einzelnen Städte und Lübeck, Kiel, Flensburg, ja, das ist die Stadt, wo ihr die Punkte bekommt, und die Verzweigungen der Adelsgeschlechter ließe sich noch weitere 5 Stunden berichten. Das machen wir an dieser Stelle aber nicht. Ich muss ja auch zwischendurch was essen oder die Zeitung lesen. Wie ihr bestimmt schon bemerkt habt, brennt mein Herz für deutschsprachige Literatur. Und weil ich Lyrik so sehr liebe, möchte ich den Schluss dieses Beitrags einem Norddeutschen überlassen. Theodor Storm, ein Dichter, geboren in Husum im heutigen Schleswig-Holstein. Er schrieb im 19. Jahrhundert über das Land im Norden folgende Zeilen. Das Banner hoch die weisse Nessel und hoch das blaue Löwenpaar, sie sind des Hauses Heiligzeichen und unverletzlich immer da. Und wo wir festlich uns vereinen, die blauen Löwen halten wacht, Zu Kränzen winden wir die Nessel in unserer Buchenblätterpracht. Doch treht getrost auf unsere Schwelle, wer uns vertraut und wehrgetreu, Nicht brennen wird die weisse Nessel und brüllen nicht der blaue Loi. Das Banner hoch das Sonnenleuchten in seine freien Schwingen fällt Und dass es rauschend sich entfalte und sichtbarlich vor aller Welt. Vereinigt noch durch manch Jahrhundert soll das Geschwisterwappen wehen, Das Banner hoch, damit wir fühlen, dass wir auf eigener Erde stehen. Das Banner hoch die weisse Nessel und die Weisse Nessel und die Weisse Nessel und die Weisse Nessel.